Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Weg, wenn der scheiß Ding weg ist! Komm! Missed! Hier rüber! 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 Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert, könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Hier rüber! 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 Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Die Weltkrieg, die Weltkrieg, die Weltkrieg, die Weltkrieg. Es ist eiskalt. Die Weltkrieg, die Weltkrieg, die Weltkrieg. Die Weltkrieg, die Weltkrieg, die Weltkrieg. Die Weltkrieg, die Weltkrieg. Die Weltkrieg, die Weltkrieg. Die Weltkrieg, die Weltkrieg. Die Weltkrieg. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ich brauche was Stärkeres, um durchzubrechen. Es gibt keinen Ausweg, Outsider. Was? 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 Ich will für ihn! Ich will für ihn! Beende es! Bitte! Fahr zur Hölle! Ich will für ihn! Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Jetzt! Lichter an! Soll man beim Anhalt. Woher hast du? Wann, du sagst's? Wann, du sagst's? Wann, du sagst's mir, du sagst's mir? Wann, du sagst mir?! Bist du bist so? Fynnig! Oh, oh, oh. Gute Arbeit! Oh! 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 Fuck! Los! Rauch! Zerzicht das Glas! Hol sie da raus! Ah! Ah! Die Stücke, helft uns! Ich benutze die alten Kürzungen an Deckung! Ah! Oh! Ah! 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 Least an... Ah! 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 Oh, come on! Oh, stop! Let's hit the class! Hold in our house! Okay! We use the Konsoren as decking! Oh, come on! Father Messias wird uns befreien! Wovon? Dieser Insel? Oh, come on! Oh! Oh, come on! Oh, come on! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und genauso plötzlich war er auch wieder weg Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig Ich spürte Emotion, Absicht Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht Noch nicht Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe Was? Oh, oh, oh. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Schnee, das ist doch nicht normal. Ja, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ja, 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 das ist doch nicht normal. Ja. Ja. Oh, c'est weg! C'est 40 mire! Je le retiens! Je le retiens! C'est tout ça! Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est tout ça! 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 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Ich brauche Zeit und Platz. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Okay. Okay, los geht's. Alex? Lara! Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notrufer absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Das ist das Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Ray S. gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. So kommt man definitiv runter. Treibstofftanks. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. So sollte es gehen. So sollte es gehen. Da ist es! Dannst du σε das. Ah ha! Aaaaaah! Aaaaaah! Hilfe! Hilfe! Der Pilot. Ich muss zu ihm.